Grüß euch, ich stehe euch heute unser Spritzensortiment von Querneland vor. Wir fangen gleich mal bei der XTA an. Wenn zu viel gehen, fällt uns schon ab, der Tank bei der XTA ist schmäler, also auch weiter bei einem Traktor, auch für kleinere Traktoren geeignet. Auffällend ist bei der Spritzen, sie hat eine einfache mechanische Bedienung von außen, also mit den Einspielschleißen betätigt oder dann umstellt auf Spritzen oder den Tank reinigen. Es gibt die Spritzen in zwei Ausführungen, mit einem einfachen Bedienterminal oder auch schon über ISOBUS, wo wir Section Control dosieren können. Also wenn du jetzt schon ISOBUS-Terminal hast mit Section Control, brauchst du nicht da noch zugefahren, ausstecken und eigentlich geht der Spaß dann schon los. Jetzt steigen wir vor der XTA B, unserer Profi-Variante. Die haben wir mit 1300 bis 1800 Liter im Tank. Dann haben wir das sogenannte Alu-Rosa-Gestänge bis 15 Meter und ab 15, also 18 Meter haben wir das sogenannte HC-Gestänge mit Teilbreitenmotoren oder Einzeldüsenschaltung. Auffällend ist bei der Spritzen auch das KOMBIT elektrisch gesteuerte Wassersystem. Also wir können hier über das Terminal die Saug- und Druckkönne verstellen. Zum Beispiel wir werden nicht die Spritzen mit der Pumpe füllen, stellt sich das automatisch ein und die Spritzen fühlt sich von selber. Von der Kabine aus können wir auch die Spritze dann vollautomatisch reinigen, das ist das sogenannte X-Clean Pro. Und wenn euch Interesse da jetzt für so eine Spritzen winken können, dann meldet euch gerne bei uns. Danke!